In Darmstadt testen wir unsere autonome Kehrmaschine zum ersten Mal auf öffentlichem Grund. Wir tun das zusammen mit dem ERD und schauen, wie regieren Passanten und Bürger auf die selbstfahrende Kehrmaschine. Das Fahrzeug reinigt hier das Gebiet des Lubixplatzes. Zum einen eine Präzisionsreinigung, zum zweiten wird eine flächenoptimierte Reinigung durchgeführt und zum dritten testen wir die Kombination von Mensch und Maschine. Wir sind hier in Darmstadt, gerade am beenden. Die Learnings, die wir uns hier mitnehmen, fallen sicherlich im Bereich der Mensch-Maschinen-Interaktion, insbesondere was das Zusammenspiel zwischen dem menschlichen Reiniger und der automatisierten Kehrmaschine angeht. Sehr erfolgreicher Test, ein super Team vom NW hier gewesen, sehr kompetent. Die Maschine hat sehr gut funktioniert. Und von meiner Seite aus als Teilungsleiter von der ERD, von der Straßenreinigung Winterdienst, denke ich, dass der Versuch sehr gelungen ist. Und wir würden uns freuen, wenn wir als Partner wieder eine Kooperation mit Ihnen machen können. Das ist deutlich, dass ich den Moment nicht so groß bin. in der Generationen-Interaktion-Interaktion. Vielen Dank.